Wie Charlie, mit diesen Worten bekunden wir unsere Solidarität mit unseren Freunden in Frankreich und verbinden damit auch unser tiefstes Mitgefühl für die Menschen, die diesem grausamen Anschlag zum Opfer fielen. Wir sprechen ihren Angehörigen unser tiefstes Beileid aus. Es ist dieser menschenverachtende Hass im Zeichen einer missbrauchten Religiosität, der uns fassungslos und unendlich traurig macht. Wir sind in Gedanken bei unseren Freunden in Kreh und zeigen hier demonstrativ, dass wir uns weiterhin für die Völkerverständigung in Frieden und Freiheit einsetzen werden. Unsere Freunde in Kreh wissen, dass sie in diesen Stunden nicht allein sind und wir uns gemeinsam entschieden gegen Intoleranz und Hass zur Wehr setzen werden. Dankeschön.